Musik 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 Also heute möchte ich euch ein Tutorial zu den Top Rocks zeigen. Die Top Rocks, das sind die Grundschritte von Breakdance und die gehen halt so, dass man zuerst die Beine immer über Kreuz macht, also so, immer abwechselnd. Und dann nimmt man die Arme dazu, wenn man da sicher ist, immer wenn man über Kreuz ist, so, die Arme auch überkreuzen und wenn man im Grundstand ist, die Arme auf, also so. Und ganz wichtig ist, dass man auch immer bis 18, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich mache das jetzt schon im Kopf. Und dann, man muss versuchen, immer schneller zu werden und dann irgendwann ist man halt schnell. Also man geht immer so, so und wird immer ein bisschen schneller. Musik Musik Und, was man auch machen kann, man kann zwischendurch, wenn man schon ein bisschen geübt hat, ja, so kleine Sprünge machen. Musik Und, wenn es dann verfeinert ist, dann kann man so machen. Musik 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 Musik